Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal spielen wir Juniors. Ich habe das jetzt schon bei ein paar Leuten, einer Person gesehen. Habe aber noch nicht allergischer, weil ich habe noch nicht so viel Spolen lassen. Also ich weiß noch jetzt ein bisschen was umspielen, wenn nicht. Und ja, ich wollte euch auch noch kurz sagen, ich habe ein anderes Aufnahmeprogramm gefunden. Beziehungsweise was man alt ist. Aber ich würde so laufen bekommen, wo halt auch besser läuft. Ja, deswegen würde es sich vielleicht ein bisschen anders sein. Aber es ist eigentlich nicht so wichtig. Aber ich würde einfach nur sagen. Ja, äh. Ich habe mich vorher mal nachgeschaut. Ja, gut. Ähm. Ja. 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 Woah. Ja, das ist ein bisschen passiert. Ich mag die Prozessor mit Elektronik und Laptop. Let's try it. Every time you complete a test, the CloudHarm will generally run to find ... ... ... ... ... Alright. Okay. And you are... ... 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 Ah, genau, da gibt es noch so einen anderen Laptop, da muss ich was, das habe ich auch vorhin gesehen, drauf zum Knopf drücken und lasse ich halt den ganzen Armut von den nächsten Prozent, so hier, und halt schauen, dass es nicht so niedrig ist, wenn es nicht so niedrig ist, dann müsste ich so wieder die herrufen, da ist aus Symbolien an, und wir reparieren lassen, und man muss natürlich schauen, dass die nicht besessen sind. Wo bin ich? Bin ich tot? Das fühlt sich so komisch an. Es schaut aus, als wäre alles gut, aber ich fühle mich leer. Ich kann nicht so gut in Englisch. Der ist definitiv ein paar Neues, hier, ja, ich weiß nicht, was Presence heißt, ich, ja. Aber das fühlt sich neu für mich an, oder das ist neu für mich. Kann mich jemand hören? Punkt, 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 Punkt. Ich habe das gehört, zeig dich. Ich schaue, ich schaue hier nicht irgendwie für Probleme, so, ich bin nur ein bisschen Lust. Bitte. Punkt. Boah, ich hatte dich, ich habe auch nie jemanden wie dich gesehen. Ich bin auch der Besservorleser, ja. Oh, ja, schon. Nein. Ja, gut, dieses... Wohl, es ist geil. Ist schon irgendwie nice, aber... Kommt nicht. Hallo. Hallo. Oh. Wo bin ich hier? Wer bist du? Oh, du bist hier in der Barrens. Ein Limbo. Zwischen Leben und Tod. Bin ich Tod? Wie ist das möglich? Was ist zu mir passiert? Komm runter. Komm runter. Ich gebe es absolut auf. Ja. 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 Ich bin echt nicht tot. Was bedeutet das? Ich kann jedes Mal zurück zu der Realen Welt hochgehen. Okay, dann setze mich sofort zu. Ich gehe hier nicht her. Ja, aber nicht so schnell. Ich habe dich hierher gebracht, um mir was zu helfen. Mit einem unfertigen Business, den ich in der Realen Welt habe. und ich gehe hier. Warum machst du es nicht selber? Ich bin wirklich, äh, hier bin ich nicht lebendig wie du. Ich bin hier gefangen, für so lange Zeit, als ich mich erinnern kann. Äh, ich habe hier, äh, gewartet, bis dann jemand kommt wie dir. Jemand, der mir bei, bei etwas helfen kann. Vorbeizu kommen, vorbeizukommen. Aber life. Ich mache jetzt auch ein Angebot. Du hilfst mir bei meinem, umfertigen Business. Ich, äh, helfe dir, ich bin deine helf, helf, bei der Hand, in deiner, Investigation. Ich weiß Juniors, wie die Rückseite von meiner Hand. Jetzt über das Bett und ich transportiere dich zurück zu einem Bett. Ich bin ein Bett, ich bin ein Bett. All right. Oh, shit. Oh, jeez. Also da ich mich schon ein bisschen auskenne, ist es relativ sinnplatt für mich jetzt inzwischen. Also wie gesagt, ich muss jetzt nicht darauf achten wegen Flackern und ob hier irgendwie Handabdrücke sind. Und wenn es Flackern ist, oder Handabdrücke, muss ich schauen, wer das, von wem es stammen könnte, vielleicht ein Element Phonic. Arbeit. 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 Ah, Pony. Pony. Das kann Wunder sein. Nein. Ich hoffe, es ist das Mikro wirklich. Genau. Ich hab die Schöpfe. Die Schöpfe ist das Mikro, oder? Genau. Oh, shit. Schickert, ja. Uah. Buh. Alright. Ich weiß, ob das ist. Warte, er ist. Warte. Buh. Hä? Warte, sich Band. Sine. Warte, dann ist es. Warte, ich habe es. Warte, ich hab ein mucha. Warte, ich bin. Warte, ich bin. Warte, ich kann es ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, das ist ein Quitsch. Äh, ja. Dann... Bis zu... Bis zur nächsten Folge. Dann bis... Bye.